ja ich zeige ganz kurz wie man ein flipbook erstellt alles was du dazu brauchst sind eins zwei drei blätter du legst die drei blätter so aufeinander dass hier zwei gleiche abstände gibt und das dritte blatt so dass praktisch dieser abstand hier oben auch wieder stimmt dann geht man her und passt auf dass die drei blätter zusammenbleiben und knickt die so um dass praktisch die abstände hier genauso groß sind und dann faltet man das ganze so und jetzt habe ich hier diese streifen diese streifen hier in einem gleichen abstand damit das ganze zusammenpasst oder zusammen bleibt wird es noch entsprechend getackert einmal zweimal dann vielleicht auch schön dass es aufpassen dass es schön getaktet ist also auf der gleichen höhe und nicht schräg ich habe das ja nur mal auf die schnelle gezeigt und hier hat man jetzt praktisch ein flipbook dass man hier so nach oben klappen kann ja und dann geht's los mit der beschriftung also wir können ein flipbook machen zum beispiel über die dien 5008 und dann hier entsprechend die themen aufschreiben also zum beispiel straßen namen das nächste thema könnte dann adressen sein und immer so weiter und dann je nachdem wie es aufgeklappt ist kann man dann hier entsprechend die dien regeln mit beispielen aufnehmen und natürlich funktioniert das auch mit sämtlichen anderen themen ok